Ich bin der Stefan oder auch gerne Stoffel, komme hier aus Neumünster, bin hier Zootierpfleger in dem Tierpark, den wir hier haben, interessiere mich so für Dinosaurier und nehme Leute gerne mit auf irgendwelche Abenteuer. Ich bin gerne in der Natur unterwegs, erzähle auch liebend gerne anderen Leuten was über die Natur oder Zeig, vor allem vieles, will auch einen YouTube-Kanal in die Richtung starten, Outdoor, Reisevlog, aber eben Schwerpunkt Tiere. Ob ich da mein Lieblingsthema Dinosaurier irgendwie unterbringe, muss ich mal sehen. Ansonsten bin ich nicht nur gerne in unserer Welt unterwegs, sondern interessiere mich auch für Rollenspiele. Fantastische Welten sind also auch genauso meins. Steve Irwin, Crocodile Hunter, andere Zoologen haben mich immer geprägt, auch deswegen Tierpfleger und unter anderem aus dem Grund, weil wenn irgendwann mal ein Jurassic Park aufmachen sollte, wollte ich zumindest beruflich dazu qualifiziert sein, dort zu arbeiten. Lieblingsdino wird ganz schwer, weil den kennt fast keiner. Ich persönlich mag den Concavenator ganz gut. Das ist ein Dinosaurier aus Spanien. Wenn man es runterbrechen müsste, ein kleinerer T-Rex mit so einem kleinen Buckel auf dem Rücken. Aktuell wohne ich in meiner eigenen Wohnung, sogar für eine Single-Wohnung relativ groß. Und ein ganz besonderes Highlight ist hier oben versteckt. Mal gucken, ob ich es runterkriege, ohne was runterzuwerfen. Schon passiert. Eine Flosse, für die ich sogar schon mal bei einem Film mitgespielt habe. Also zum Beziehungsstatus bin ich natürlich aktuell Single.